recht herzlich willkommen zur neuen folge von great age medieval wir sind auf dem weg hier die straße zu bauen mit dem bautrupp der da irgendwo erst nicht lang konnte jetzt geht es ja ein bisschen raussuchen das ist hier der weg für diese straße wir hatten hier oben die stadt die wir noch voranbringen müssen nur die produktion noch festlegen wo die können uns wieder schicke sache machen wie schmuck zum beispiel aber erstmal sollten wir uns ums essen kümmern ja tja was salz bier werkzeuge schmuck das brot machen wir mal denke ich mal werkzeuge war auch ganz interessant salz also die sind empfohlen glaube weil da ein gröner punkt dran war das sind die fünf okay dann haben wir jetzt das gemacht ich will sagen hier bauen als erstes ein was zu essen haben hier oder findet sie bau waren das ist auch klar ist noch die frage wir müssen keine handelsroute das war der bautruppe jetzt brauchen wir einen händler der dahin und her fährt das ist jetzt der das ist der das ist der der nach dahin und ich glaube schon durch das heißt es gibt keinen hinter der da oben hin fährt können wir einen neuen bauen oder ist dann mit oder mit mit einer anwerben ja es gab eine mit genauso war es ist das bedeutet wir müssen einen neuen weg zuweisen der war es nicht welche nehmen wir da gute frage das spiel ruckelt gerade ein bisschen haben wir etwas falsch gemacht das sieht nicht gut aus was wieder in griff oder so wo ist da der ist von da nach da gereist und da würde ich sagen gute planen guten einstellungen das ist das konstanter das wäre dann eher gute stadt hinzufügen das rechte maustaste dann machen wir das mal mit der stadt hinzufügen da oder das ist jetzt angenommen oder nicht letzte stadt löschen habe ich jetzt wahrscheinlich geklickt und machen wir so oder der läuft aber schon den grünen weg und wieder zurück warte mal ich glaube jetzt macht er so dass er dahin fährt dahin fährt und dann wieder über diese stadt zurück genau so wollte ich es haben nicht so das andere das hätte mir nicht gefallen gut kann man den jetzt auch gerade gucken oder ist konstanter aber da ist er nicht drinnen das ist er jetzt gut der war da oben und fährt jetzt wieder zurück oder wie da ist er jetzt ein konstanter handelt da machte das ja macht er 13 28 28 das ist gut so jetzt geht es nach so viel den will ich jetzt mal gerade verfolgen einfach aus dem grunde zu sehen ob er oben auch was hinbringt 13 28 28 städte auf der route sind vier dauer in wochen sind neun ok handelsgewinne und reichlich jetzt hat er getauscht passt und er ist auf dem weg nach konstanter reichlich waren mit jetzt ist hier schon irgendwie anders aussehen ne gut jetzt ist er da und nimmt was mit getreide wolle und wir super können sie sich einsaufen aber das ist jetzt nicht so wirklich das was wir brauchen rohstoffe sind hier oben eigentlich gefragt gut und mit dem dürfte ja gar nichts wurde ja nichts produziert wird oder da hat er was da gelassen das nimmt er wieder mit baubaren fehlen ist klar acht holz 15 steine und die frage ist ob es das hier überhaupt gibt ne gleich gar nicht rein gucken hier gibt es auf jeden fall das die ist mit holz hätten die auch was da wahrscheinlich handeln die da nicht mit hier gibt es beides dann würde ich mal sagen ändern wir die route nehmen konstanter raus letzte stadt löschen warte mal das wäre der der und der nochmal und der auch nochmal die erste stadt passt und dann handeln wir nur noch untereinander unseren städten machen wir erstmal so und jetzt ist der auf einer handelsroute okay das ist er hier der da gerade kommt ja stand da auch so dann gucken wir nochmal ob der jetzt holz und steine mitnimmt das ist nämlich das was da oben gebraucht wird ne holz und steine ist dabei und das auch reichlich was wollen wir mehr gut ist er wieder unterwegs ja okay damit bedeutet das dass die stadt dann da ausgebaut werden kann es müsste auch so sein dass hier der bautrupp woher kann ich jetzt dieser bautrupp hat keine aufgaben würde die straße ausbauen da musste aufgaben haben oder da ja weiß ich jetzt nicht da nur der durch eine aufgabe eigentlich ne dieser bautrupp hat derzeit keine aufgabe ziel muss eine stadt sein aber ich kann jetzt hier nicht okay klicken was ist das jetzt auch wir sind bei straße ausbauen oder ja weiß ich jetzt auch nicht straße ausbauen geht da nicht oder wie sehe ich das straße festlegen aber passiert nichts ist das die sind noch nicht fertig so den bautrupp wähle ich mal zeigt den weg und geht da ein ok so straße ausbauen geht nicht na dann hat sich das erledigt oder was dann weiß ich es auch nicht dann positionieren wir die mal einfach hier und gucken dann weiter die gestrichelte linie ok könnte sein dass es schon ausgebaut ist ja ich glaube das ist gleich ok das machen wir zu das mal weg wie sieht es denn hier oben aus rohstoffe fehlen jetzt okay und das ist und ich glaube der da fehlt und der händler der dahin fährt ist nicht der ist der jetzt getreide sieben mit er sollte dann da honig hochbringen gibt es hier honig nicht wirklich und dann die honig haben ja die hätten sogar ein bisschen honig dann gucken wir da gerade noch ob er den noch mitnimmt weil die denn da oben haben möchten getreide bringt er zurück der händler und zu seiner stadt das honig einpacken und es kann auch nicht bei super oder das ist komisch was gibt es hier honig dann müsste man hier gerade den händler abpacken das ist der den seine route ändern dann würde ich diese stadt da noch hinzufügen und das normal und dann soll er den weg da auch laufen dann würde ich aber den anderen händler wieder nehmen und sagen doch dann würde ich sagen fügen wir dem da auch noch eine route hinzu und zwar diese so der geht da läuft da lang kriege ich das denn jetzt hin dass er da ach auch egal lassen so laufen oder wird sich das löschen wird sich das löschen oder jetzt auch nicht machen oder was die ist jetzt weg glaube ich muss diesen jetzt hinzufügen oder? ja jetzt passt's aber warte mal nee es passt nicht so jetzt nochmal die ist ausgewählt das heißt er reist dahin und dann dahin und dann wieder dahin so jetzt hat's geklappt gut haben wir die route festgelegt die er da laufen soll und das gibt jetzt tatsächlich schon Brot das bedeutet er müsste das hier oben geholt haben ja Brot wird jetzt auch produziert so was gibt's dann noch dann bauen wir Salz ich glaube dann können wir erstmal alles eins ausbauen dann läuft's da auch gut wie sieht's hier aus mit Gebäuden 22332 Rohstoffe fehlen alles gut machen wir aber hier ist auch gut hier in Arla wie sieht's da aus ist auch diese Produktionsstätten allen und dann haben wir hier noch da wo noch nix ist da bauen wir erstmal überall einen aus das ist auch noch eine sehr junge Stadt gut haben wir der Bautrupp was macht der nix Straße ausbauen geht in Young Zone kann sein können dass man nochmal upgraden kann nö gut so da ist erste Stadt festlegen da würde eine Straße da lang gehen ist nur die Frage ob wir die bauen können ne ein schöner Weg aber warum nicht da ist der Bautrupp jetzt hier unten war der ne und jetzt können wir diesen upgraden ne gucken ob sie das machen oder ob sie gleich da weglaufen packen wir es an machen sie aber hier war ja irgendwo so ein Gegner oder sowas ne in der Ruine glaube schauen wir mal haben die jetzt so viele Rohstoffe dass die da bauen kann man nicht wirklich sehen ne na kommen da welche aus der Hütte jetzt hier raus nein dann wäre es wahrscheinlich eher aus der Ruine oder weil die jetzt eine Aufgabe haben kommt da keiner könnte natürlich auch sein na sieht gut aus ich glaube wir sind vorbei da passiert dann nichts mehr gut da müssen wir uns mal in den nächsten Runden dran kümmern dass wir schauen wo irgendwelche Soldaten von uns sind die wir wahrscheinlich gar nicht mehr haben weiß ich wo wir die hingeschickt haben ich sehe sie nicht oder sind sie schon zerstört kann auch sein da oben Bauwarn fehlen ja okay für die aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig gut okay dann würde ich aber sagen soll es für die Folge auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss Vielen Dank.